Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Unheard. Heute geht es weiter. Wir sind jetzt aktuell hier im Polizeipräsidium, so wie es ausschaut zumindest, und wir haben eine ganze Reihe an Charakteren. Um nichts zu sagen, zwölf an der Zahl. Und da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt, wie schwierig das jetzt wird im Vergleich zum letzten Mal. Wie immer würde ich sagen, hören wir es uns einfach einmal komplett hier durch und dann schauen wir einfach mal, was wir so rauskriegen schon von Anfang an. Gibt es jemanden, der Sargent heißt? Nein. Dwight hat der, glaube ich, gesagt, oder hat der Blade gesagt? Hat der Blade oder Dwight? Ich glaube, er hat Dwight gesagt. All right. What do I need to do? Who told you to come here? Ask them to write you a release form. An Officer named Jessica. I need to go back to her. Officer Schrader. You work in the... Officer Schrader. Night shift tonight? Well, what a surprise. I don't even have to bust you. You still end up here. Okay, ich würde sagen, wir bleiben hier erst mal. Captain Martin. Doug und Blade. Waren das jetzt gerade? Meint, beides sind Männer, oder? Oh, fuck. Don't act like you know me. You two. Phones, wallets, and whatever you have in your pockets on the desk. Relax, Schrader. We had a small fender bender. They're accompanying me so we can sort out the details. Hi, Officer Schrader. You don't think you could ask around and see when Chip's gonna get released for me, do you? Oh, so you own the place now, do you? Find out yourself. Mickey! Glad to see you! Officer. Nice to... Mackie. Das heißt... Das ist dann wahrscheinlich Mickey. Oder ist das... Ne, das muss ja dann der sein. I'll meet you. Name's Mickey. Mickey Ocean. I'll take care of the paperwork, Schrader. Give this patient gentleman his phone. He... Cassidy. Ich weiß nicht, ob Blade... Ah, ne, Jessica und Cassidy. Scheiße, ich dachte, wir haben nur einen Frauennamen. Yeah, now beat it. I lost two of these. There should be another one. Two phones? You think you're daddy warbucks? By the way, could you tell me where the bathroom is? Inside, until you left. Good evening, Officer. So sorry for the trouble. My friend didn't know any better. Whatever, Mickey the Sea Monkey, was it? Did you bring money for his fine? That I did. Right here. I need your signature. And try to keep your buddy on a tighter leash. Thanks, Emil. I'll see you around. Keep up the great work. Rookie. Dr. Cassidy. Burn in the midnight oil, I see. And wow, who do we have here? Oh, shut up. I... Das heißt, das hier muss dann Cassidy sein. Weil der ist männlich. Die ist zuerst reingekommen. Der hat zu den beiden Cassidy gesagt. Das heißt, das hier muss dann logischerweise Cassidy sein. Und der ist irgendwer anders. Cassidy, take our friend here to the interrogation room. I've got to answer this. On it. You. Phone, wallet. Everything in your pocket is on the desk. Here's my phone. You don't have to pat me down, too. Tucker handled that already. Just let him in. You'll get him back when you leave. Just came back to bring Sting. Why are you here? No, we should talk now. I'll come find you. Okay. Ich bleibe jetzt hier erstmal bei Schrader. Die hier sind offenbar immer noch... Aber das sind jetzt hier Nummer zwei. Okay, offenbar scheint die Action gerade woanders zu sein. Hier Martin und Cassidy. Das sind die Verhörräume. Das hier ist irgendwie ein Büro. Das hier ist ein anderes Büro. Das hier ist Bathrooms. Das hier sind Zellen, wie es aussieht. Okay. Hier draußen ist da noch ein Mickey. Okay. Ich gehe mal kurz hier raus. Oh. Moment, das schreibe ich jetzt hier mal auf. Schrader. Okay. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas Interessantes hier, aber... Was steht denn da? Search Area. Ach, hier sind so Metalldetektoren. Ted White kommt gerade hier raus. Oh. Der will jetzt hier Action machen, oder was? Okay. Der geht dann. Ich würde sagen, die... Ich glaube, wir werden das diesmal eher so nach Orten machen. Dass wir hier rauskriegen, wer wer ist. Und dann was passiert ist. Wer... Wer hat die Bombe reingebracht? Wer hat sie detoniert? Und wer ist Raven? Aber Schrader ist wahrscheinlich nicht derjenige, der die Bombe gebracht hat, weil mit dem passiert nix. Hallo, Officer. Habt ihr mein Telefon gesehen? Oh, du wieder? Das muss ein Rekord sein. Ja. Warum bist du hier? Sieht, dass ich dieses Platz hier habe. Warum bist du hier? Oh, oh, oh. Errungenschaft freigeschalten Raven. Okay. Okay, wir kennen jetzt schon inzwischen zumindest zwei. Gibt's hier irgendwen, der schon da ist? Ich würde sagen, wir folgen diesmal Dwight einfach, oder? Das sollte er sich so durch... Hallo, Sergeant. May I... Okay, den Anfang kennen wir ja schon. I need to go back to her... Officer Schrader, you working the night shift tonight? Well, what a surprise. I don't even have to bust you, you still end up here. Das heißt, das hier müsste dann Jessica sein, oder? Wobei, viele sind ja mit Nachnamen, also werden die wahrscheinlich nicht mit Vornamen sein. Ja, scheiße. You're lucky you aren't being booked, but you still gotta fill this out. No, for crying out loud, it's not like I went on a killing spree. There, ta-da, signed and dated. Can I leave now? Mm-mm. You two, we're going to reception. Hey, glad to see ya. Officer, nice to meet ya. Name's Mickey. Mickey Ocean. I'll take care of the paperwork, Schrader. Give this patient gentleman his phone. Here, now beat it. I lost two of these. There should be another one. Two phones? You think your daddy warbucks? By the way, could you tell me where the bathroom is? Inside and to your left. Good evening, Officer. So sorry for the trouble. My friend... Wir folgen jetzt einfach Dwight. Das sollte ja dann uns eigentlich so relativ schnell zur Lösung führen. Ich glaube, das ist... Oh. Call... Äh... Call... Also, ich mach mal so, weil da keiner abhebt. Okay, dann... Oh. Call Dwight. Ah. Ach, wurscht. Doch. Dwight schreibt mir eh so. Und? Ich mein, zwei Telefone ist schon sehr verdächtig. Ich bin sehr verdächtig, wenn der zwei Telefone hat, hierfür too detonated the bomb. Oder er versucht Raven anzurufen. Oh, Moment. Oh, Moment. Okay, der will jetzt wieder sein Phone. Ah ne, jetzt geht er raus. Oh, Moment. Hat der gerade gesagt, der hat sein Phone gestohlen? Moment. Mickey stole Dwight's Phone, okay. Chip. Moment, okay Dwight ist wieder da. Oh, du wieder? Das ist bestimmt ein Rekord. Ja, ich habe ihn wieder verpasst. Wo bist du? Alright. So, dann würde ich sagen, folgen wir jetzt Mickey. Der kommt ja von hier draußen. Und sicherheitshalber, falls der was vorher sagt. Blight und Dug. Okay, die beiden sind Blade und Dug. Nur... Wer ist wer? Ja. No, me. You two. Phones, wallets, and whatever you have in your pockets on the desk. Relax, Schrader. We had a small fender bender. They're accompanying me so we can sort out the details. Hi, Officer Schrader. You don't think you could ask around and see when Chip's gonna get released for me, do you? Oh, so you own the place now, do you? Find out yourself. Mickey! Glad to see ya! Officer, nice to meet ya. Name's Mickey. Mickey Ocean. I'll take care of the paperwork, Schrader. Give this patient gentleman his phone. Here, now beat it. I lost two of these. There should be another one. Two phones? Do you think your daddy warbucks? By the way, could you tell me where the bathroom is? Inside and to your left. Good evening, Officer. So sorry for the trouble. My friend didn't know any better. Whatever, Mickey the sea monkey, was it? Did you bring money for his fine? That I did. Right here. I need your signature. And try to keep your buddy on a tighter leash. Thanks, Emile. I'll see you around. Keep up the great work. Rookie. Tucker. Cassidy. Bernard. Doktor hat er jetzt gesagt, oder? Oder Tucker. Ich hab's nicht ganz verstanden. Tucker. Tucker hat er gesagt. Cassidy! Burn of the Midnight Oil, I see. And anyway... Wow, who do we have here? Oh, shut up. Oh, nevermind. Who the hell's calling me at this time? It's raining cats and dogs outside. Let me call us a cab. Just a sec. Alright, should be here in a few minutes. Now, you gonna tell me what's going on? I was at the mountain hotel when I saw that chump hangin outside stole the phone right out of his pocket Didn't realize that lady cop was standing there watching me the entire time Shit for brains how many times I got to tell you you can't make banks stealing phones Well I just thought you know practice makes perfect Okay also wir wissen jetzt Äh Chip stole Dwight Phone Unbelievable you really are a moron Whatever look here. I'm gonna show you something. See this. Here's a phone. I stole on the bus I don't get it. You call me stupid for stealing flip phones, and then you steal one yourself That piece of shit probably ain't even worth ten bucks. Wait and see my friend wait Call Mickey and see Hey, buddy. Oh, come on. It's me. Don't tell me you don't recognize your old pal Yeah, yeah That dirty cop took my wallet. Otherwise, I wouldn't be here talking to you Now would I? Anyway, you need to wire the money to my friend's bank account One six five nine eight seven two six two six Name's Mickey ocean Yeah, like the sea You'll be doing me a real solid a real solid and I'll pay you right back soon as I get out Thirteen hundred big smack olas the extra three hundreds for your trouble Nah, nah don't mention it Friendship's worth its weight in gold nowadays Anyway, old copper's back. Catch you later You really think it'll work Mickey? He totally bought it Patience my friend Patience We'll get the money soon enough Oops Sorry about that It's fine You just stole that guy's phone That was something else Something else? I'll show you something else Look at me, Chip, and tell me What's a phone to you, huh? This phone ain't worth squat if you're gonna just sell it It's the mobile era now A phone's more than just a phone, it's access Das haben wir schon gehört Okay, das ist ziemlich eindeutig, wer die Bombe gedetonated hat Okay, äh, Chip Bomb Dead Genau Alles klar, I got it Das ist jetzt nicht so schlimm Schwierig So, jetzt würde ich sagen Folgen wir Chip Von, weil der, der einzige ist, den wir schon benannt haben Der von Anfang an da ist Ah, 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 ah Are you done? It was just a phone Guy didn't even want to press charges But you brought me in anyway Just to hit me with some outrageous fine for petty theft You broke the law What? Doesn't surprise me that you're a rookie No one else about it I had something like this on night patrol You're wasting everybody's time I've had just about enough of you Thankfully, you won't be my problem much longer Somebody paid your ticket I'm in no hurry Though, can't say the same for the guy whose phone I pinched He looked like a real complainer Excuse me, officer Sorry to have to bother you Come on in Well, speak of the devil Ah, the desk sergeant wants a release form Can you help? I'd really appreciate my things back No problem, I'm almost done You're lucky you aren't being booked But you still gotta fill this out No, for crying out loud It's not like I went on a killing spree There, ta-da Signed and dated Can I leave now? Okay, jetzt Jetzt gibt es langsam auch mehr Sinn Warum, was die da alles immer machen Wenn wir teilweise nur Fetzen davon gehört haben You two, we're going to reception Mickey, glad to see you Officer, nice to meet you Name's Mickey Okay, ich glaub, der Ich glaub, den Rest haben wir mit Mickey schon gehört, oder? Okay, ja, den Rest haben wir schon Alright Dann würde ich sagen Starten wir dieses Mal Hier gibt's ja sonst keinen, den wir Sonst schon Benannt haben Doch den hier, aber ich hab keine Ahnung, wer das ist Aber Moment, das hier ist die Genau, die da reingeht Dann mach Wobei, nee, wir haben da Ah doch, machen wir jetzt erstmal die Okay, das sind die beiden, die dann hier sind Schrader, give this patient gentleman his phone Here, now beat it I lost two of these, there should be another one Two phones? You think your daddy warbucks? By the way, could you tell me where the bathroom is? Inside, to your left Good evening, officer So sorry for the trouble My friend didn't know any better Whatever, Mickey the sea monkey, was it? Did you bring money for his fine? That I did, right here I need your signature And try to keep your buddy on a tighter leash Thanks Emil, I'll see you around Keep up the great work Wir hier mit Martin und so werden wir uns dann auch noch befassen Moment, Moment, das könnte interessant sein Jess, okay, das ist zurecht eindeutig Ooh, raven Raven? Raven könnte dann Dwight sein Okay, also der ist entweder Blade, Duck oder Kind Okay, also der ist entweder Blade, Duck oder Kind Okay, also die beiden sind schon mal sehr verdächtig Der hier und Dwight und Oh, Cold Dwight 2 Moment, lass mich nochmal kurz schauen, wann hier Cold Dwight 1 ist Cold Mickey? Ist das ja auch Cold Dwight Why, what did he do? We're info, but I'll fill you in Das heißt, das hier ist Cold Dwight Cell Weil das passt so gut vom Zeitlichen her Missed the phone call, das ist dann Dwight Okay, wir werden uns um den dann eh noch kümmern Aber ich schau jetzt mal auf Oh, ich schau jetzt mal auf Quiet in there Anybody still breathing? Well, would you look who's awake? Quiet in there Hey, come on, let me out What are you in for, huh? Let's see Public intoxication Beautiful Why'd they even bother? Oh, shove it already Just open the gate Let's try to limit our alcohol next time, maybe I didn't even have that much How come I passed out? Somebody slipped something in my drink And I still feel groggy Yeah, yeah, I've seen plenty of guys like you All claiming they didn't drink that much Sure, I'll bet you were totally dry and cop What the fuck war das gerade? Ach so, das war wie die, der sie geöffnet hat See, more proof that you shouldn't drink in your condition This way, let's get you released For a fact, my test came back clean as a whistle Yeah, yeah, don't push it Why are you here? Why are you here? Und Okay, dann würde ich sagen, als nächstes Wir haben jetzt alle, die von Anfang an hier sind Würde ich einfach mal sagen, wer ist der nächste benannte, der Reinkommt Ich glaub Martin, oder? Genau Genau, dann machen wir ab Machen wir jetzt mal Officer Martin Okay, Blade und Doug Das sind Oh, das heißt aber Der hier ist hundertprozentig Kind Weil das hier sind Blade und Doug Ich weiß nur noch nicht, wer von beiden welcher ist Aber das heißt, der muss Kind sein, weil es Ah ne, er könnte auch noch Sting sein, schade Dammit Weil hier gibt's ja noch irgendwo einen anderen, oder? Keine Ahnung Gut, dann bin ich jetzt mal hier sehr gespannt, was die bereden Das heißt, das ist Doug Und das andere ist ja dann logischerweise Blade Wir folgen jetzt, wie gesagt, erstmal Martin Oh Blade is Undercover Langsam ergibt alles viel mehr Sinn You go first Roger that Word on the street is Raven's in town So everyone stay vigilant Raven? I don't have all the info But I'll fill you in once I have more All right All right I've sent someone in a stall, Doug Now tell me what you know But make it quick That car accident you staged Won't buy us much time Yeah Doug was already getting suspicious Okay How much do you know about Raven? I've heard all sorts of things Some of them are so Hollywood blockbuster I'm not sure what to believe anymore I've been undercover I've been undercover as part of his organization for two years Everything you've heard about him is true After he pulls off a major heist He wipes out his crew and gets a new identity Remember that cargo freighter The one that blew up in the harbor Raven's doing Got what he wanted Murdered his guys And scuttled the ship with a remotely detonated explosive All the info we've gathered on him suggests he eventually kills anyone who's seen his face That explains why I can't find a single person who knows what this psycho looks like Okay, also Raven tötet Seine Mittäter Schreibe ich jetzt mal Mittäter ist auch gut D.D. Raven if he was standing right in front of me But if this precious pattern of his means anything We might have a chance of nabbing him tonight He's made himself nothing short of a fortune running the rackets in this city the past few years So when he calls a meeting with all of his associates up at the Mountain Hotel I'm guessing he's looking to tie up loose ends Even if he claims it's to pass on the Empire to one of his lieutenants No wonder Doug's throwing a hissy fit about getting up to that hotel He wouldn't miss this get together for the world He's been wanting more territory for a while now And he thinks he's got a shot of the crown That's why he's so anxious Okay, also ich glaube Also wie Also Raven Löscht immer seine Mittäter aus Dwight Will hier Nummer anrufen Er hat zwei Telefone Was ihn sehr, sehr verdächtig macht Chip ist glaube ich So ein bisschen zu dumm dafür Mickey ist für mich noch nicht ganz draußen Aus der ganzen Geschichte Der Typ Möglicherweise Also ich glaube die einzigen Personen Die ich aktuell verdächtige Sind Dwight und so ein bisschen Mickey Vor allen Dingen Aber die Sache ist Es könnte sein, dass Raven in der Explosion drinnen ist Weil Nee Mickey und Chip sind es auf keinen Fall Weil die würden wissen Wenn die Raven sind Dass dieses Telefon mit dieser einen Nummer drinnen Die Bombe Explodieren lässt Das heißt Die würden das nicht machen Und Dwight ist gerade gegangen Dwight könnte es sein Wirklich Und Du denkst nicht, dass Dug ein Raven ist? Ich glaube nicht, aber ich kann es sagen. Viele Leute werden da sein. Ein von ihnen sein könnte sein. Wenn wir die ganze Gruppe aufbauen können, dann können wir ihn besuchen. Ich denke, wir sehen. Okay, du gehst da mit Dug. Ich werde ein Team zusammen mit dir aufbauen. Entschuldigung. Jetzt machen wir das real. F***ing Cops! Du aint gott auf mich! DUI! Du weißt, für ein Fakt! Hast du mein Fakt gesehen? Hier ist ein Wiesel! Geh wieder! Nimm dich nicht! Drunken oder nicht, du hast noch einen geringen Vier. Warum bist du hier? Okay, also es könnte echt sein, dass es... Also es könnte Dwight sein, es könnte aber auch jeder von denen hier sein. Also außer vielleicht Martin. Martin und Blade, unwahrscheinlich. Cassidy, weil das ein Officer ist, auch. Es könnte der sein, der noch unbenannt ist. Es könnte aber auch Dwight sein. Schrader hat gefühlt so nix zu tun. Was... Ja, keine Ahnung. Ihn auch nicht so unbedingt unverdächtig macht, aber ja. Ich würde sagen, weil das der einzige ist, der noch von Anfang an hier ist, kümmern wir uns erstmal hier um den. Der schläft, oder? Der schläft. 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 Jetzt kommt das gleich mit dem Anruf. Das ist Dwight. Es könnte... Einer von den beiden ist Raven. Sicher. Oh, Moment. Der hat aber hier got called Schrader. Moment, hat Schrader jemanden gecolt oder wurde er gecolt? Oh, das hier. Hello? Anybody? Call Schrader. Nicht nur Call Schrader, sondern Call Sell. Hm. Schrader. Das heißt, es könnte sein, dass Schrader der Typ ist. Dwight will ihn callen und er will Schrader aka Raven callen. Das haben wir schon. Ich weiß auch nur nicht, wie der heißt. Okay, also die beiden kennen sich. Das sind dann Kind und Sting, nur ich weiß nicht, wer wer ist. Wir müssen nur einen von beiden finden, also, und den Typen, der in der Zelle ist. Das heißt, wir müssen den anderen finden, wer das ist. Ich würde sagen, wir verfolgen jetzt erstmal Doug. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Aber ich würde sagen, dann die Auflösung von dem Ganzen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Weil wir haben immer noch vier oder fünf Leute, denen wir folgen müssen. Und wir haben immer noch... Also, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wer die Bombe detoniert hat. Ich habe einen Verdacht, wer Raven sein könnte. Welche zwei oder drei Leute? Eher drei. Entweder Dwight oder die beiden, die wir noch nicht benannt haben. Und wer die Bombe gebracht hat, bin ich mir nicht sicher. Es könnte sein, dass es Doug ist, aber es könnte auch sein, dass es... Es wird wahrscheinlich auch wieder einer von den anderen beiden sein. Aber das würde ich sagen, werden wir alles noch sehen beim nächsten Mal bei Let's Play Unheard. Und ja, bis dahin sage ich erstmal Tschüss, Leute!